Also, wenn es der NES Jason ist, dann besteht die Chance, dass ich der bin. Nein. Die Chance ist so und so selten, dass du Jason spielen kannst. Ja, spiel schon wieder den. Fünf Minuten später, gut, aber... Machen wir mal ganz schlau. Wäre auch irgendwie geil, wenn es ein Perk geben würde, das sogar anzeigt... Äh, Random Snake Mates, mein Kanal. Wenn es ein Perk geben würde, dass man Gegenstände sieht, die in der Nähe sind. Ich weiß nicht. Oh, in der Nähe übernärkst. I'm gonna ask you a question. Oder den Tropfen, nee. Dann ist es ein bisschen schneller jetzt rennen. Toll. Drive Fear ist bei mir online. Ja, das ist wie bei DBD. Alle wollen immer Killer sein, ja. Und das ist die... Nein, ihr fürs Follow. Nehmt hier, was ich hoffe. Ich meine, ich hab's auch heute gemerkt, wo ich Predator gestreamt hab. Wartezeit als Soldat, halbe Minute. Wartezeit als Predator, fünf plus Minuten. Weil jeder ein Predator spielen muss. Ja, ich hab's zumindest hingekriegt, dass ich ihn spielen konnte. Machen da Random Snakes auftauchen. Wartezeit. Also, jetzt pass auf. Benzin. Ich meine, ich könnte theoretisch versuchen, mit dem Boot zu flüchten. Ich meine, ich wäre jetzt sogar da beim Boot. Das müssen wir kurz schauen, was ich beim Boot gleich wieder brauche. Soll ich's mal Lucky Lucky machen? Ich weiß, dass du mit dem Boot flüchten kannst. Ich weiß es. Soll, jetzt sind wir alle auf einen Haufen. Aber wenigstens hast du Klamotten an. Ich bin stolz auf dich. Plus ein Karma-Punkt. Einfach so. Ach stimmt, das mit Snakes, das hab ich ja auch. Kannst du vergessen, dass ich das drin hatte? Oh, was ist da hinten? Ja stimmt, der zoomt ja nicht so rein. Also, ich kann auf jeden Fall nicht mit Boot flüchten. Das wird sogar... Was? Wim an dem ein Wort. Was? Ich? Aber ist der... Wo bist du? Ah! Platsch. Wieso, wieso Sackgadoffel flält der um? Flält. Das ist so heftig, dass er nicht mehr fällt, sondern flält. Das war eigentlich auch... Äh! You son of a bitch! Wer reißt, wenn ich's weiß, spiel ich Jason. Aber die Kills sind geil. Das muss man lassen. Die sind verdammt geil, die Kills. Die sind... Äh, ja, ich kenn's schon einfach. Du gestorben! Du Deutsch! Ja, beim nächsten Mal... Dann machen wir auf jeden Fall danach nochmal eine Runde, dann spiel ich auf jeden Fall... Ach nee, waren's 20 Minuten sogar, das maximale Element. Äh, da spiel... Dann mach ich den Bonus mit Bots. Und dann spiel ich Jason. Gut, du hast schon mal Benzin. Angezogene Frau? Sehr schön. Nächste angezogene Frau? Du hast die Waffe. Sehr schön. Gut, die Frau. Du machst es falsch. Gut. Ah, ich kann doch mal spielen. Ich kann doch mal spielen. Ich kann doch mal spielen. Ah! Noch einmal. Angezogene Frau? Angezogene Frau? Latex-Bahn dazu gehören. Das Problem... Ja, boah, mein Deutsch ist halt so im Arsch. Mein Problem ist, der hat halt nur einen Schuss in den Gewehr. Ich weiß gar nicht, äh... Ich weiß aber, wie ist der gleich wieder? Ich weiß nicht mehr, wie er... Jarvis? Travis? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich da überhaupt das Auto noch reparieren? Oder halt, Benzin kann es da alles so holen? Ich weiß es nicht. Ich hab den so selten gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Der redet... Aber wer redet da? Ich hab doch den Sprachjet ausgemacht. Ich habe Stimmen gehört! Die machen mir Angst. Ich habe Stimmen gehört! Du musst ihn ja penderieren. Ja, lassen wir mal mehr Ruhe! Wo ist Jogger-Jason? Lass mal umschließen. Wo ist Jogger-Jason? Der ist irgendwo jetzt... Ich hab ihn schon gesehen. Lass mir den niederschießen. Wow, wie dumm kann man sein? Toll! Der einzige Schuss versemmelt! Ich hatte ja... You have one... Job! Jetzt rechts mal! Lass mir! Ich muss Jason spielen. Da fällt nicht genauso, aber... Ah! Jarvis! Ich wusste irgendwas mit Jarvis war's. Das... Hör ich dann auf... Haufe und Russisch. Ja, ich glaub da sind auch... Da Russisch im Spiel. Hab eigentlich den... Dings ausgemacht. So, meine... Damals ist die Booty Lady immer noch am Leben. Nein, die ist tot! Ja, selber schuld. Selber schuld. Kein Problem. Äh... Fabian. Danke, dass du da warst. Die Snack-Fan! Ja, nice shot. Der noch verfehlt ist. So. Also, schwarz angezogene Frau. Du hast ein Gewehr. Das ist schön. Pulli-Frau. Du hast ein Benzin. Dann mach's ja mal zu. Echt? Die haben ihn eingestellt. Aber ich hab erst ausgemacht, dass man mich nicht mehr reden hört. Tomé! Servus! Servus! So. Aber kann ich ein bisschen auf den Chat eingehen? Jetzt hab ich ja ein bisschen Free-Time. Vielleicht mach ich das so, dass ich, ähm... Soll ich eigentlich auf leichter oder auf normal stellen die Bots? Also die Jugendleiter. Weil beim Offline-Spiel-Modus... Kannst du ja einstellen. Leicht, mittel, schwierig. Und ich glaub, wie viele Jugendleiter... Also ich wär persönlich jetzt für normal... Mh... Hartz. Da frustriert's mich. Ich will halt killen, weißt. Ich will Blut sehen. Ah, das will ich. Dann crash der Knight-Profit wieder. Äh, keine Ahnung. Äh, hier und da. Kontakt. Also, folgendes, ähm... Einfach mal leicht, mittel oder schwer... Äh, in den Chat schreiben, dann weiß ich, äh... Auf was für eine Schwierigkeit das gerade ich stelle. So, ich... Ich verlasse mich jetzt einfach mal auf euch. Ihr könnt's mal entscheiden. Leicht, mittel, schwer. Aber die Anzahl der Jugendleiter ständig ein. Oh, ich klick dich hier bitte. Äh... Okay, mittel, leicht... Wenn ich mit allen seinen Spaces fertig bin, mach ich mal... Oh, der hat auch viel Content. So, Pulli... Leute, die jagt jetzt Jason, oder was? Die lacht... Äh, die lacht jetzt mit Jason, ja. Die lacht mit Jason. Also, leicht, mittel, schwer. Gut, da haben wir jetzt alles mal einmal. Äh... Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ist es nicht normal andersrum? Okay, wir haben jetzt drei, vier, 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 schwer. Vier für schwer, zwei für leicht, ein für mittel. Weil ich bin da verrechnet hab. Äh, was machen die? Entweder der... Weiß das Problem ist auch bei den Online-Spielen, manchmal arbeitet der Killer und ein Jugendleiter zusammen, weißt. Das ist manchmal auch bescheuert. Ist noch mal leicht. Äh, okay. Mal dreimal leicht. Irgendwann schwer, wenn ich mir... Äh... Nicht erzählt hab. Ja. Also, wahrscheinlich... Das war... Ganz ehrlich, das war kompletter Bullshit. Kannst du gar nicht mehr anders sagen. Äh... Ne, nicht auf YouTube. Ne, ne, ne. Ah, viel zu langes Spiel. Also, da reden wir schon von 50 Stunden aufwärts. Ich muss aber die Switch-Maison mal spielen, weil das Geile ist, das hat Cross-Saves. Das heißt, ich kann auch meinen Steam-Spielstand auf der Switch hernehmen. Das ist geil. Bin zu lost für die erste Nacht im FNAF-Pizza-Re-Simulator. Hast du einen Tipp? Die erste Nacht ist die total leichteste. Äh, Audio-Lehr irgendwo in die Ecke machen, dann passt das schon. Also, ich bin da eigentlich nie gefällt... Sag mal, was machst du da, Pull... Pull... Pulli... Äh... Brillenfrau. Wo ist Jason? Wir wollen jetzt nicht, ehrlich gesagt, jetzt die elf Minuten abwarten. Ja, äh, also privat spiele ich... Äh, Animal Crossing. Die betreiben heftiges Camping. Habe ich fast das Gefühl, weil... Schaut's mal hin! Jason! Nicht euer scheiß Ernst! Weißt, da macht's halt eher Sinn, wenn du... Keine Ahnung, mit der Gruppe zockst, die du kennst. Das ist ab und zu... Nervig. Ich hab's aber auch schon mal gespielt, da hat sich... Echt, Jason... Also, da waren zwei Leute... Einer war der Jung... Äh, so ein Jungleiter, und einer war Jason. Und die haben sich abgesprochen. So hat's nämlich ausgesehen. Das war BS... Bößen gratis. Und ich wette mit dir... Jason killt sie nicht. Ich wette mit dir... Die bleibt am Leben. Ja, da hab ich letztens auch ziemlich viele Sternis gemacht. Äh... Ähm... Durch so einen Rüben-Calculator. Hat er mir gesagt, es gibt dann ziemlich heftigen Spike da. Und es war Vormittag auf bis zu 643... Sternis pro Rüben. Aber ich dachte, okay, jetzt fahre ich mal... Äh... Bei... Bei Nepp und Schlepp nach. 443... Sternis. Pro Rübe. Und ich hab 1740 gehabt. Angst. Ja, siehs, 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 siehs. Der killt sie nicht. Die haben sich bestimmt abgesprochen. So was ist halt teilweise echt nervig, ey. Also wir machen auf jeden Fall nur noch eine Offline-Runde. Ich hab aber gesagt, so ein Stündchen. Das, äh... Dann Offline... Weil, äh... Dann... Hab ich einfach nur Bots. Die kill ich. Und ich bin happy. Äh, was macht die da? Ja, ich kenn Eurotruck Simulator 2. Hey. Oh, das tut jetzt gleich weh, ey. Wo ist Jason? Jason! Jason! Aaron, äh, äh, Elias, äh, Elias, danke dir fürs Follow. Nagus, danke dir fürs Follow. Hab ich gerade erst gesehen. Äh, nehm, äh, ich halt meine Sachen alle privat. Deswegen. Melly, danke dir. Fürs Follow. Was? Vielleicht ist das auch der Grund, wo mich für eine lange Zeit Freitag der 13. Online nicht mehr gespielt hab, weil mich so aus, glaub ich, irgendwie ein bisschen nervt, wenn Killer und Jungblätter zusammenarbeiten. Echt? Deswegen so... Äh, weißt, haben die so geredet? Ja, ne, die können ja mit dem Killer nicht reden. Wenn jemand Jaceack fühle ich mich angesprochen. Entweder hast du ja nicht hinschauen oder das ist ein Team aufs Derbste. Ich sag mal das Letzte, weil sie ist, die kann jetzt entkommen. Die fährt nicht mal raus, oder? Loll, ist da Jarvis? Ist da Jarvis in der T-Post? Echt jetzt? Loll! Den für den Alperkasten 50-20-Mode habe ich selber nie geschafft. Also das war, ganz ehrlich, das war eine beschissene Runde. Die haben sie abgesprochen. Kann sagen, was du bist. Die haben sie abgesprochen. Aber jetzt drehen wir ein Spiels um. Jetzt spiele ich Jason. Im Offline-Modus. Gegen Bots. Dann habe ich wenigstens ein paar glückliche Momente. Storben, ja. Oh Gott, das ist gut. Ja, jetzt pass auf. Siehst, alle wurden gekillt. Aber bis... Getötet sechs von acht. Also zwei haben überlebt. Nein. Mit euch spiele ich... Nein! Mit euch spiele ich nicht mehr.